Vier Treppen waren es, die wir überwinden mussten. Matt sah mir dabei in die Augen. Bereit? fragte er. Bereit, erwiderte ich mit mulmigem Gefühl im Magen. Doch als Matt mir seine Hand reichte und ich meine hineinlegte, hatte ich das Gefühl, dass wir es schaffen konnten. Cartergate hin oder her. Ich würde versuchen, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Was sollte dabei schon schiefgehen? Kapitel 18 Matt Sarah atmete erleichtert auf, als Dr. Pepper sicher im Ankleidezimmer meines Zimmers verstaut war. Oder sollte ich besser unseres Zimmers sagen? Denn die kommende Nacht würden wir hier zusammen verbringen. Auch wenn der Raum um einiges größer war als Sarahs altes Kinderzimmer, stand auch in diesem Raum nur eine Schlafgelegenheit zur Verfügung. Sarah in einem Gästezimmer unterzubringen, war auch keine Option. Mom würde es mitbekommen und Fragen stellen. Leidige Fragen, auf die ich keine Lust hatte. Und die ich mir durch Sarahs Anwesenheit vom Hals halten wollte. Das ist – wow, du hast einen fantastischen Ausblick aus deinem Fenster, stellte Sarah gleich nach dem Eintreten fest. Julia war zu ihren Männern gegangen, um nach dem Rechten zu sehen und um uns Gelegenheit zu geben, erst mal anzukommen. Dad war uns bisher noch nicht begegnet. Aber der spielte vermutlich gerade mal wieder mit seiner Eisenbahn. Das Land, das du da siehst, gehört meiner Familie, sagte ich, ohne das Bedürfnis, mich darüber zu profilieren. Es war eine reine Feststellung. So wie man sagte, dass Schneeflocken, die eine lange Zeit zum Wachsen hatten, deutlich als Kristalle erkennbar waren, oder ein Schneemann sich nur mit äußerst pappigem Schnee bauen ließ, wohingegen sich lockerer Schnee hervorragend zum Schlittenfahren eignete. Nach unserer Ankunft war es mir bislang nicht möglich gewesen, den Schnee vor Ort in Augenschein zu nehmen. Aber dafür würde sich schon noch Zeit finden. Ebenso wie für das Schlittenfahren, das ich fest als Programmpunkt in meinem Kalender stehen hatte.